Aus dem Wissensbereich des sogenannten Neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP genannt, kennt man den Begriff des Reframing, zu deutsch dem Ganzen einen neuen Rahmen zu geben. Wir Menschen denken häufig sehr begrenzt und verleihen diesen begrenzten Denkvorgang auch durch unsere Worte entsprechend Ausdruck, indem wir zum Beispiel sagen, wir hätten ein Hirnkastel oder einen Verstand oder die große Kiste kunterbunt. Also wir sprechen von unserem Kopf oder unserem Gehirn, unserem Denkmuskel in Kartons, in Kisten, in Schachteln, in sogenannten Kasteln, wie man in Oberösterreich und Bayern es auch nennt. Dieses begrenzte Denken lässt sich durch einfache Spielchen erweitern und somit dann auch wieder übertragen auf ganz normale Lern-, Denk- und Merkaufgaben. Dazu ein kleines Spiel, das Ihnen sicher Spaß machen wird. Die Aufgabe lautet, ähnlich wie mit dem Quadrat mit drei Geraden, hier ganz normal ausformuliert, bitte penetrieren Sie diese neuen Ringe mit einem Polygon fünften Grades. Und auch hier werden Sie merken, dass Ihr Gehirn vermeintlich auszusteigen vermag. Das Gehirn kann sich nichts darunter vorstellen, mit einem Polygon fünften Grades eine Penetration von Ringen vorzunehmen. Wenn Sie sich aber vorstellen, dass Sie mit fünf aneinander gereiten, geraden Linien unterschiedlicher Länge versuchen sollen, diese neuen Ringe in irgendeiner Art und Weise vollständig aufzureihen, dann wird das Ganze schon etwas einfacher. Eine mögliche Lösung wäre hierbei 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt aber auch noch andere Lösungen, die ich mit einer anderen Farbe darstellen kann. 1, 2, 3, 4, 5. Und noch eine weitere als Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5. Und so erscheint Ihrem Gehirn, nachdem Sie das jetzt visuell wahrnehmen können, die Aufgabenstellung überhaupt nicht mehr schwer. Also mit fünf zusammenhängenden Linien neun Ringe aufzureihen, scheint für das Gedächtnis nun eine sehr einfache Aufgabe, wo es noch viel, viel mehr Varianten gibt. Wenn ich nun Ihnen die gleiche Aufgabe stelle, allerdings mit vier zusammenhängenden Linien, könnte es durchaus sein, dass Ihr Gedächtnis bei dieser Herausforderung beginnt, kritisch zu werden und zu zweifeln, ob es denn überhaupt möglich sei, mit 1, 2, 3, 4 Geraden diese Aufgabe zu lösen. Und in der Tat ist es relativ einfach, diese Aufgabe zu lösen, allerdings nicht in der begrenzten, gerahmten Form dieses vermeintlichen Quadrats, welches in der Realität ja nicht existent ist. Es gibt hier keinen Rahmen, es gibt hier kein Quadrat. Innerhalb dieses Rahmens ist eine Lösung mit fünf oder sechs Geraden nicht leicht möglich, allerdings nicht mit vier Geraden. Wenn Sie mit vier Geraden arbeiten, geht das zum Beispiel so und es verlangt von Ihnen, aus diesem imaginären, begrenzten Denken heraus, ein Stück auszubrechen, um diese Lösung zu generieren. Eine weitere Lösung ist zum Beispiel auch das hier, indem wir das Ganze umdrehen und mit vier zusammenhängenden Strichen lösen. Für das Gedächtnis eine beinahe unlösbare Aufgabe, weil es in der Erwartung bleibt, dass innerhalb dieses Rahmens eine Lösung vonstatten gehen sollte, was natürlich nicht möglich ist. Die Ausweitung dieses begrenzten Denkrahmens auf eine Vergrößerung nennt man Reframing. Wir geben der ganzen Geschichte einen neuen Rahmen. Was bedeutet es für Sie als Lernender oder Lehrender in der Praxis? Man kann das analog auf Übungsaufgaben, auf Lernaufgaben ausweiten, indem man nicht hergeht und das Ganze von vorne herein unter einem begrenzten zeitlichen Rahmen ansetzt, in Form einer extemporale, eines Tests oder einer Prüfung, sondern davon ausgeht, man hätte unbegrenzt Zeit und dennoch ist Zeit ein Bewertungsphänomen nach dem Motto, je schneller, umso besser, Voraussetzung ist jedoch richtig. So entsteht ein gewisser Freiheitsgrad, der die Begrenztheit dieses zeitlichen Rahmens, den wir im schulischen Lernen gewohnt sind, einhalten zu müssen und somit daraus auch eine Bedrohung machen, aufzuweiten oder ihn gar wegzulassen und völlig frei von zeitlichen Begrenzungen, also reframed oder eigentlich genau unframed, also ohne einen zeitlichen Rahmen, an eine Aufgabenstellung, an eine Lernaufgabe heranzugehen, um dann, wenn ich erkenne, dass die Souveränität da ist, das Ganze unter einem Prüfungsrahmen wieder einzubauen und es dann entsprechend leistungsfähig wiederzugeben.